Caritas-Markt in St. Gallen Die Einsparungen durch einen günstigen Einkauf verschaffen den Menschen einen finanziellen Spielraum. So können sie sich etwas leisten, was ihnen sonst für Wert wäre. Ein Kinobesuch, einen kleinen Ausflug oder ein paar neue Schuhe. Kleine Schritte aus dem Armutsalltag hinaus. Es geht um den Caritas-Markt. Kennen Sie den? Ich weiss nicht, ich glaube es ist Fairtrade-mässig. Kennen Sie den Caritas-Markt? Nein, bis jetzt nicht. Kennen Sie den Caritas-Markt? Also vom Fernsehen her, ja. Kennen Sie den Caritas-Markt? Nein, nicht richtig. Ich weiss nicht recht, um etwas zu gehen. Kennen Sie den Caritas-Markt? Ja. Und was halten Sie davon? Sehr gutes Lech. Der Caritas-Markt in St. Gallen. Günstiger Einkaufen geht nicht. Mehr als 30 Freiwillige engagieren sich im Caritas-Markt St. Gallen. Unermüdlich setzen sie sich im Lager, in der Logistik und im Verkauf ein. Sie machen den Laden zu einer freundlichen Oase und zu einem Ort der Begegnung. Wer aber steckt hinter dieser Leistung? Im folgenden Teil erzählen drei Frauen von ihren Erfahrungen mit dem Caritas-Markt. Ich bin Hildegard Hähne und arbeite seit neun Jahren beim Caritas-Markt. Eine gute Bekannte hat mir schon zwei, drei Jahre vorher erzählt, dass sie bei diesem Laden arbeitet. Und hat nur mal gesagt, es hat immer mal eine freie Stelle. Und dann dachte ich, man will auch wieder mal etwas tun, nicht bloß den Haushalt machen. Und ich habe dann wirklich angefangen zu arbeiten. Und ich habe dann einfach in den Einsatzplan, wo wir eingeteilt waren. Je länger ich dort war, desto besser hätte es mir gefallen. Und ich finde das eben noch spannend, die vielen unterschiedlichen Leuten, die kommen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten. Also die, die jetzt vielleicht kein Geld haben oder wenig Geld zur Verfügung haben, heisst ja nicht, dass die immer aus der sozial untersten Schicht kommen, sondern das sind vielleicht mal solche, die vielleicht in Not geraten sind. Und auch, was schön ist, einfach die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort sind, das sind lauter, einfach auch nette, aufgestellte Leute, mit denen ich auch gerne arbeite zusammen. Und ich finde, man muss ja irgendwo arbeiten oder etwas machen, das einem gefällt, wo man irgendwie, wenn man am Abend fertig arbeitet, hat, dass man dann das Gefühl hat, es war wirklich schön, mit Nachmittag zum Tag zu sein und man zufrieden ist. Und auch wenn man jetzt halt nicht eigentlich einen Lohn mit heimnimmt, weil ich finde das eigentlich das Unwichtigste im Ganzen, wenn man nicht darauf angewiesen ist, dann kann man etwas auslesen, was einem einfach gefällt, was einem persönlich etwas gibt. Der Laden, also ich finde, der Laden, dort, wo man jetzt in dem Lagerhaus ist, ist noch so das alte Gebäude, hat schon etwas Spezielles durch, einfach den Raum. Und gut, man muss sagen, mir gefallen eben sowieso eben auch so alte Gebäude. Und er ist hell und er ist schön eingerichtet, der Laden, also, sagen wir, professionell eigentlich. Aber ungern kommt, glaube ich, niemand, noch schon rein, schon mehr als Verlaufspersonal so freundlich sein, dass dann eben vielleicht durch uns kommen. Ja, danke. Und die Leute ruhen drumherum, wenn ich so erzähle, also, ich sage mal, also durchaus positiv. Sie finden alles super, dass man an so einen Ort hinein geht und arbeiten. Dass man nicht darauf schaut, dass es zuerst eine Stütze gibt, sondern dass man einfach etwas macht, was einem gefällt und wo auch jemand anderem zugut kommt. Und, ja, wenn ich jetzt im Laden so eben viel, eben auch positive Erlebnisse habe mit den Leuten, wo ich sehe, dass die nicht einfach alle noch stänkern oder jummern gehen, weil es nicht womöglich schlecht ging, weil es wenig Geld hat, sondern dass die Leute fröhlich sind und zufrieden sind und dass man mit ihnen auch lachen kann. Und ich finde das auch toll, das ist etwas, das gefällt mir wahnsinnig gut. Dass eben Armut, also, sagen wir mal, Leute, die wenig Geld zur Verfügung haben, dann nicht etwas Negatives sein muss. Überhaupt nicht. Oder dass man im Grunde von ihnen direkt etwas lernen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Caritas-Markt in St. Gallen. Günstiger einkaufen geht nicht. Ich war immer arm. Ich hatte vier Kinder und kein mehr. Und ein bisschen gearbeitet. Also auch nicht voll. Also immer ein bisschen, etwas Kleines. Einfach immer arm am Existenzminimum. Geld, das ich noch habe, ist einfach alles in meine Kinder investiert. Und das ist halt so, dass man nicht für so hat. Und ich bleibe auch warm. Aber ich meine, eben wie man so essen kann. Also ich meine, man ist ja nicht richtig. Und eben auch sozial, eben wie man kein Theater. Das ist eben wichtig. Das kann man gar nicht überlegen, weil man ist dann immer am Schauen. Und eben, man muss Prioritäten setzen. Das ist mir wichtig und das nicht. Wir sind nie einkehren. Wir haben überall Picknick mitgenommen. Das ist jetzt auch etwas, was mich sehr viel kostet, wenn man gerade einkehren mit Kindern. Das ist auch nicht schlecht zu zügen, heftig kein Witz zu zügen. Sie war im Semi, sie hatte nicht einmal einen Computer gehabt. Dann hat ein Vater von einer gesagt, yes, das tust du nicht einmal. Komm, ich bringe dir einen Chef beim Militär. Und es ist dann noch schwierig gewesen, weil niemand hat gewusst, wo man die Karten bekommt. Keine Ämter, keine Stadt, nicht. Und ich habe dort noch in Heiden gewohnt. Aber es ist dann gegangen, ich habe dann das von Heiden übergekommen. Sie haben dann das geschickt vom Caritas direkt. Dann ist das gegangen. Meistens gehe ich zuerst in Caritas, nach dem Migros, um zu schauen, was es hat. Also wirklich immer spannend. Und sie haben auch immer viele gute Produkte. Also ich finde, dann habe ich mir vielleicht etwas gewohnt, dann haben sie es nicht mehr. Dann muss ich es mir immer kaufen und dann finde ich, und es ist teuer. Oder eben Brot hat es auch wahnsinnig gutes. Oder viel Bio-Gemüse, wo dann eben die Leute vielleicht zu teuer ist, wo dann noch in den Caritas kommt. Ja, also sie sind ganz gut. Und... Ah ja, jetzt haben sie früher eben kein Gemüse und kein Fleisch, kein Käse gehabt. Und das ist jetzt alles auch. Und der Kaffee, ohne den Kaffee dort. Ich kann nur so einen Kaffee trinken. Der Turm-Kaffee, der ist so gut. Und ich finde, es hat wahnsinnig viele Leute gegeben. Also am Anfang hat es ja nicht viele Leute. Aber jetzt, eben, wenn man dann mal kommt, man kann denken, man nimmt nächstes Mal noch etwas, das geht nicht. Man muss gerade nicht, das hat nächstes Mal nichts mehr. Das ist ganz... ...verrückt. Er läuft wahnsinnig gut. Er hat wahnsinnig Leute. Ich meine, oder, dann hat man wieder mehr Geld für mal etwas anderes. Also... Ich habe schon noch gerne mal etwas Schönes, das ich mir irgendwie mal etwas leiste. Zum Beispiel mal eine Freitag-Tasche. Oder so, irgendetwas Luxuriöses. Ja. Ich habe schon noch eine Freitag-Tasche. Ich habe schon noch eine Freitag-Tasche. Der Caritas-Markt in St.Gallen. Günstiger einkaufen geht nicht. Also, mein Name ist Carina Barth. Ich bin die Leiterin vom Caritas-Markt St.Gallen. Und das wird im Februar mein zweites Jahr. Also, die Leute, die zu uns kommen, gepostet, haben alle einen Ausweis. Und dann kommen sie zu den Sozialstellen oder Caritas oder Kirchen. Da kommen die dann über. Ja, wir haben ein freiwilliges Team von etwa 30 Personen. Und die arbeiten in zweier Team, am Morgen und am Nachmittag. Und die kommen aus ganz verschiedenen Berufen raus. Zum Teil sind sie auch pensionierte. Zum Beispiel das älteste Pärli. Da ist er 87. Und die Frau ist 81. Das ist der Leo und die Annemarie. Die holen das tägliche Brot zweimal in der Woche. Plus noch das Theater. Wo wir auch zweimal in der Woche kommen, können wir abholen. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich eine Erfüllung für die Menschen, die hier mithelfen. Die kommen mit Freude. Ich habe schon gefragt, wie bist du da hergekommen? Da hat mir eine Frau gesagt, mir geht es so gut. Das ist zum Beispiel die Frau vom Arzt. Und ich habe gefunden, ich könne jetzt ein bisschen Zeit schenken und mich somit in den Markt eingehen und mir helfen im Verkauf. Positiv im Moment finde ich, dass man Früchte und Gemüse zum Einkaufspreis verkaufen können. Das ist, wenn ich ja früher denke, als ich angefangen habe, da haben wir sehr, sehr viele süße Sachen gehabt, die wir diesen Leuten haben gegeben können. Das Leben und den Alltag ein bisschen versüssen. Jedoch, wenn ich dann an die Gesundheit gedacht habe, habe ich manchmal schon ein bisschen auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Weil ich denke, das Süße, da braucht ihr dann irgendwann vielleicht wieder einen Zahnarzt und die Menschen können dann einen Zahnarzt bezahlen. Das ist noch sehr speziell. Und trotzdem habe ich auch gesehen, das Leben für Süße, warum auch nicht. Und jetzt, wo wir noch Caritas Gesund lancieren können, da sind wir seit dem September dran. Und das Gemüse und Früchte können zum Einkaufspreis verkaufen. Da bin ich also sehr glücklich, dass das dann gekommen ist. Aber der Umsatz ist gestiegen. Wir ziehen mehr Menschen an. Was ich mir wünsche, ist schon, dass wir noch ein bisschen breiter Sortiment haben. Und dass wir das auch regelmässig anbieten können. Sagen wir jetzt mal mit Babynahrung oder so. Und dann hat es einfach wieder keine. Oder? Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Jedoch, wenn wir es den Kunden erklären, dann sagen sie auch, ja, dann nehmen wir halt, wenn sie es haben. Letztend sind ein paar junge Leute hier geklopft. Und dann habe ich gesagt, ja, hallo, hoi miteinander, was geht da? Und dann haben sie gesagt, ja, sind wir noch ein Karre voll wahr? Und ich sage, ja, wahr, was habt ihr denn? Ja, lauter Lebensmittel, die es Sponsoren bekommen haben für einen Anlass. Und ich sage, alles noch gut, ob wir das machen möchten, um weiter zu verkaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, okay, das lohnt sich jetzt nicht für die Warenakquisition. Wir haben diese Sachen reingenommen. Das hat jetzt für eine ganze Woche gelangen, um wieder Sortimente so ein bisschen auffrischen, ein bisschen breiteres Sortiment zu haben. Und es ist wirklich eine Freude gewesen. Sie haben das von Herd, es ist richtig gemerkt, sie sind mit dem Herd dabei. Ja, statt dass sie irgendwo wegwerfen. Kennen Sie den Caritas Mall? Ja, ich kenne den Caritas Mall. Ja, von Wurden genau. Ja, von den Gassen und so. Ich war vorhin auf den Gassen und jetzt nicht mehr. Ich denke, dass es eine gute Sache ist. Ja, was soll ich sagen, es könnte anders sein, aber es ist gut. Also, ich habe auch Kollegen, die dort posten gehen. Und ich bin eigentlich froh, gibt es so etwas. Ich finde das gut. Das finde ich super sogar. Die haben ja wahrscheinlich auch weniger, oder? Von denen ja wahrscheinlich nichts. Und ich finde es gut, dass sie das machen können. Ja, ja. Der Caritas Markt in St. Gallen. Günstiger Einkaufen geht nicht. Ja, natürlich. Amen.